Hallo liebe Modellbahnfreunde, schön dass ihr eingeschaltet habt zum dritten Teil meiner Brücke. Heute präsentiere ich euch das fertige Ergebnis. Es fehlen vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, vielleicht werde ich auch noch mal die Fahrzeuge austauschen, die ich hier drauf gestellt habe. Das sind auf jeden Fall die, die ich erstmal hier zur Hand hatte, aber ich finde das Ergebnis ist schon ganz gut geworden. Und jetzt zeige ich euch ein paar Fahrvideos von der Brücke auf der Brücke und damit verabschiede ich mich erstmal in eine kleine Sommerpause. Ihr werdet dann im Herbst wieder von mir hören. Wenn das Wetter wieder schlechter wird, dann bin ich wieder hier unten im Keller. Ansonsten, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert am besten meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann wisst ihr genau wann es im Herbst weitergeht und ihr verpasst nichts von meinen Fortschritten, die ich hier mache mit der Anlage. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich, dass ihr euch das nächste Mal ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bereite euch die Chatzeuge oder ich lege auf den Weg auf, dann das heißt, ich kann euch doch auch deinen Dermatik. Ich glaube, dass ihr Ziel ist. Es ist ein sehr schönes Zifon, dass ihr euch mit der Anlage sagtet wird und dass ihr euch ganz gut Dann habe ich euch mit ihm im Keller coarse有點 nervous. Dann habe ich euch mit dem Altero Stumpfelstel und das Widerwucht. Dann l世st an. Okay. 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 Okay.